Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge Golf with your friends zusammen mit Angelo Ich freu mich Wie ging das nochmal? Wir sind auf der Map Raumstation Wir hatten schon zwei Maps oder drei Maps davor schon gemacht Oh mein Gott, ich hab komplett verkackt Das waren aber so eher standard einfache langweilige Maps Und das hab ich nicht aufgenommen Deswegen ist das jetzt hier die erste Folge Äh, was geht denn da vorne ab, Alter? Das ist ja tief Ja, komisch, ja Achso Ja, okay Ich hab ins 3 geschafft, Angelo auch Bis jetzt ist er noch keine Enttäuschung Ich sag aber auch nicht mehr dazu Ja, lass es lieber Oh, geil Ey, mutterf Ja, das dachte ich mir gerade auch Oh, ich hab's reingeschafft Mal nicht zu dollern, Angelo Ich wusste es Ich hab's gewusst, dass es wieder passiert Du darfst nicht Du musst deine Macht einteilen Junger Paderborn Ja Musst du immer schön Immer schön Einfach Oh, scheiße Ich hätte doller machen sollen Kacke, kacke Hä? Ach mein Gott Das ist ja kompletter Scam Nein Jetzt bin ich zu hektisch Ja Ja, siehst du diese Pfeile an der Wand? Hm Wir müssen diese Rohre aber Ich krieg's nicht auf die Reihe Ich krieg's kein Stück in die Reihe Auf die Reihe In die Reihe Oh, ich hab's geschafft, Alter Mit sieben Schleppelwegen Moment, das andere hatte ich direkt da reingehaut Was ist das denn für ein unfairer Scheiß Wir sind aber, glaube ich, alle rechts Acht Schläge hab ich gebraucht Was bin ich für eine Enttäuschung Ficken Entschuldigung Mann Das gibt's nicht Das ist doch Sag mir nicht, eine ist wirklich Mit einem Schlag rein Oder? Wenn ja, dann Glück Das gibt's nicht Ja, nee, der Ein nimmt den ganz anderen Weg Und? Dadurch hat er Nein Ja, scheiße Fünf Schläge, Alter Lol Ja, okay, der hat einen Holding One Nein, aber der hat's nicht so gemacht wie wir Der hat andere Strecken genommen Hm Oh, fuck Oh, hi Fasten Oh, man Oh, war das knapp Wie geht's ja, du musst ganz fest in der Mitte, ne? Ganz fest in die Hand nehmen Was willst du ganz fest in die Hand nehmen? Reden wir nicht drüber, reden wir nicht drüber Den Schläger Weder, ah, der hat wieder zwei Schläge, guck mal Wir werden komplett weggebumst Und ich bin drei Punkte hinter dir Was ist los? Ähm Was ich gemacht habe, mich machen? Hä, was soll der Scheiß? Oh, wow Auch, nee Oh, halb Das gibt's ja Moin Grüß dich Mach mal na Okay, okay, okay Ja Ja, genau Ja, genau Oh, vier Punkte Der Typ lacht sich auch noch Blatt Der denkt sich sonst was Hä? Hä? Okay, das ist ein Scam Was soll das? Hä? Ich versteh's nicht Das Ding wirft einen zufällig? Das ist ja geil Genau das, was ich gebraucht habe Oh, nee Das gibt's nicht Oh, okay Ich lebe Ich lebe Ich schaff's mit sechs Schlägen Hoffentlich rein, wenn ich's nicht vergeig Ja, okay Ja, jesi Hier noch Ich kann's drum drehen Vielleicht stehen geblieben Spiel die installiert So, okay Immer noch vier Punkte Kann ich jetzt so viele Schläge mehr haben als du? Ja, gen Genau Was gibt's denn? Ja Oh, tschüss Och, Mann Mann, ey Das ist echt Das ist echt Ich mach es nicht an, ne? Ja Nein Na, komm, 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 put, 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 put Ich bin als erstes im Loach Im Loach Ach Ja, okay Der Dicken, alter, tschüss Der Dicken, genau Der Dicken Mann Konzentration Der Faktor braucht ein bisschen ab Mit den Wellen, die rumfliegen, ne? Mit den Wellen Wer zockt? Und der gesucht, dieses Game so hart Frag ich mich Mann Wenn ich einmal alle Maps gespielt habe, ich keinen Bock mehr Also Ach, so Zehn Schläge, alter Oh, Angelo, ne? Oh, du hast einen Punkt vor mir Und 20 Punkte über dem andere Moment Ich hab was vor Ohrenschutz auch gemacht Oh, ich hab's verkackt Ich hab's natürlich verkackt Ich hab's verkackt Ja Okay War einfach so Let's go Geh aus, geh aus, geh aus, geh aus, geh aus Okay, okay Hust, hust Ach, Mann Ey Ich hab jetzt schon gleich noch sieben Schläge Das geht gar nicht Okay 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 Geht's dir gut? Soll ich einen Arzt rufen? Mhm Okay, mit zehn Schlägen wieder rein Und es hört sich an, als wärst du jetzt wieder Viel weiter Ah, ne, bist du nicht Okay Das ist ja sie Okay Okay Du hast auf jeden Fall noch einen Punkt aufgeholt Wenn du jetzt direkt rein schaffst Weil ich hab in zehn Ich dachte schon Ich will nicht letzter sein Du bist der, der immer letzter ist Ja Okay Das war viel zu lasch Ja, ich dachte auch, wir müssen rein kullern Das war viel zu stark Ich könnte Ja, weiter Da mach ich jetzt einfach mal so Drei Okay, drei Drei war richtig Digga Das geht natürlich auch Okay, okay, okay Okay Oh ja, genau Jawohl Jetzt los Hör doch auf, ist der Umbrauch umzukundern Ja, das gibt Ich bin so eine Enttäuschung Heute fokse ich gar nicht gut Sobald ich aufnehme Ja Verschissen Einfach verschissen Ja, roll noch weiter Ja, genau Oh, scheiße, ich dachte schon Wie redest du mit mir? Ja, über dich? Ja, über dich, ja Mit wem sonst? Du bist der Einzige, der da ist aber wenn sich selber also es wird einfach immer schlechter 30 über den dach ok ganz stark einfach in irgendeine seite ballern haben hier auch wie bitte ja spielts noch mal langsam ab und mal gucken ob ich das nachher verstehe was er gesagt hat aber ich habe leider nichts verstanden ja her gesagt ach so sagen wir da setzte drei fischstäbchen im mund tschüss macht's gut jawohl er schmeißt ist nicht euer ernst oder er schmeißt mich einfach runter ja ich weiß mich auch nein aber auch gott sagt nicht auf die andere bahn da wäre ich jetzt ausgerastet da kommt volle pulle hier lang ich bin auf jeden fall da das sieht so buggy aus wenn man mitzuguckt ne ja ja ich weiß es gibt es nicht ich bin vier punkte hinter dir ich könnte kosten ich werde jetzt ich werde jetzt richtig chillen das ist nicht euer ernst der war so gut er war bei mir auch so gut näher bei dir nicht besser ja ich roll zurück ja ich auch da geht's gut wo lang eigentlich ach da lang okay es gibt es nicht noch eine nö das sehe ich persönlich nicht ein woanders das gleiche probiert ja anscheinend nicht ja ich schaff das so jetzt ich mach das so mhm der dicken boah wie ich ihn da rein geschmissen hab ja ich bin ich neun punkte hinter dir vollkommen akzeptabel so sehe ich auch raus wie ich es ausprobieren ne ich habe es geschafft aber nicht dahin wo ich hin wollte ich habe noch nie so performt ich habe noch nie so performt hast du auch geschafft und der schmeißt mich runter nicht ich habe eben einfach nur göttlich gespielt ja auch klar ich hab das auch gemacht siehst du die rampe siehst die rampe die die gerade hochgegangen ist ja ich bin von der rampe direkt ins loch ne stimmt doch gar nicht ja sie ist das video was macht er denn keine ahnung hat er macht du kannst auch gerne eine zeit ablaufen lassen die dann sind wir auch schön kommen wir langsamer vor bis ich vorne bin dauert es eh wieder jahrzehnte ja hier oben war ich ja auch aber das habe ich verkackt hier wie lange wird es noch haben der spielt mit kopf einig zugesagt er spielt mit krabbe ins oben ist ich hoffe er kriegt die 14 er kriegt sie ich habe diesmal ein vier geschafft alle ich lebe noch also was ist das hier für eine kranke bahn ich habe angst ich habe einfach angst oh nein bitte nicht oh nein bitte nicht moment wie konnte ich denn das okay 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 einfach so jawohl in sechs schlägen rin das ding warte ich sag dir eins da wo du jetzt stehst verstehst du du kannst mit drei kurz in die freie kamera 15 sekunden unter dir ist doch direkt dieses das ziel ach so das meinst du ja jetzt kannst du da über dieses klappt eigentlich direkt drüber das wäre heavy gewesen hol ich es auf hol ich es auf oh zwei punkte es hört sie sich auf na doch es hört sie sich auf okay ich bin guter beyer und du dabei in vier schlägen ok er braucht mindestens sechs er braucht sieben na dicken was geht wie er hat erst vier nein ja bitte 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 ach scheiße was macht denn die dicken die rein mann du hast nur einschlag meine fresse einer oder kratzen zum eigenen ball zurückgehauen ja 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 ach das ist wir sind schwerelos ach sagen sie auch nicht nur sagen sie nicht wieso oh nein was denn nichts nichts aber erst ok ich bin in einem wasserbad was los ich wollte gar nicht ich wollte nicht baden ich hätte springen müssen das gibt es nicht auch das sagt aber auch keiner meiste das ist doch das ist schiebung ist das das ist schiebe und jetzt habe ich ja außerdem noch mal geschlagen jetzt von der pulle vielleicht schaffe ich so ich habe zurück so geschafft ja das geht nicht es geht nicht das geht gar nicht das ist scheiße das ist doch beschissen das geht nicht das geht doch gar nicht ja das geht doch nicht ich drück schon fünf sekunden vorher ach komm hier kriegen wir alle 14 punkte ich sag's dir ja wie soll mir jetzt noch reinkommen mach ich jetzt noch kurz vom ziel das gibt es nicht ich habe nur noch ich habe mir noch vier sekunden ich hoffe es nicht ich habe es geschafft aber nicht ins ziel ja ich habe es aber nicht ins ziel ach das gibt es doch nicht dass du rotze ja jetzt land ich da und jetzt kann ich es nicht schaffen weil jetzt zeit abgelaufen ist kriegt 14 es ist doch ein rotz aber wenigstens normale 14 na das problem ist wir hätten höher springen müssen ich dachte vielleicht diese rampe bringt mich irgendwo hin aber das war falsche hoffnung oder nicht die rampe nehmen ich bin jetzt auch da endlich was soll jetzt bin ich bin weg komm 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 bring mich bring mich dahin baby ich bin einfach king wie curry alter kein curry oder was bist du nein ich bin king schmock so neun schläge genau er benutzt halt den weg ich habe den anderen genommen mit der rampe hinten ja ok du hast einen schlag mehr gebraucht aber bist drin er tut mir leid irgendwie jetzt mittlerweile muss ich sagen ja aber den können wir nicht einholen was was oh hä hat er das mit absicht gemacht ne jetzt hä was was hões hör hat da hat es hat es hat gehen sie hat der junge danke rohr kein problem heißt du wo ich gerade verarscht ich glaube nicht mehr machbar für mich warum nein wie kommen wo ist das loch wo ist das was los ist ich weiß realtor net wo das loch ist gleich richtig wo ist das loch hat das mich schon nicht ich bin die ganze zeit ja ich bin raus ich bin einfach raus ich war ich war die ganze zeit in der nähe vom loch aber bin dann ja ich bin falsch ich weiß jetzt auch wo es noch ist ich hätte nur rechts ich hätte nur rechts lange muss ja da wo ihr zeit mann ach das ist es alle 14 okay ich bin zweiter ich bin zufrieden damit verabschiede ich mich von dieser spektakulären scheiß folge ich nicht bis zum nächsten mal wenn es heißt es gibt keinen soll trifft wieder keine bälle so macht ihr kein nächstes mal